Nicht auslöschen, nur eindämmen. Oh, ne Hexe, mhm, der Witcher. Oh, die brennt, sehr schön. Alter, Skelettman ist wirklich gut im Zielen. Ich hoffe, er brennt gleich. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir gerade vergiftet sind, das könnte sich schlecht auf unsere Gesundheit auswirken. Denn wie ihr seht, haut uns das die Gesundheit bis auf ein halbes Herz runter, wenn wir Pech haben. Jep, tut's auch. Ich verbudel mich mal hier. Wenn jetzt hier ein Monster reinhüpft, dann sind wir tot. Oh oh, du kommst jetzt hier nicht rein. Ich würde das Eisen gerne aufnehmen. Was schmeiß ich denn dafür mal weg? Komm, Zombiefleisch brauchen wir nicht unbedingt. Werden wir aus dem E noch genug kriegen, selbst wenn wir es bräuchten. Okay. Sieht hier alles sehr human aus. Meine These wurde allerdings nicht gestützt, ne? Ich habe gedacht, wir würden jetzt hier gleich diesen Ort sehen, wo wir gerade drüber waren. Gag? Auch gut. Hallöchen! 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 Und hier ist Lava. Wunderschöne Lava. Redstone nehmen wir mal mit, wenn wir dürfen, bitte. Was brauchen wir nicht? Zuckerrohr, komm. Wir haben eine Plantage, wir haben genug Zuckerrohr. Vielleicht haben wir sogar mehr als genug, würde ich sagen. Das wächst ja die ganze Zeit und wir bauen es eh kaum ab. Von daher, komm, kann man es mal verwenden. Jetzt können wir die Kohle nicht mal aufnehmen. Oh, es ist so zum Kotzen. Glasflaschen. What will ich damit? What will ich with Glasflaschen? Ich weiß es nicht. Was soll ich mit Glasflaschen wollen? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht so sicher. So, ich gucke mal. Hintergrundfenster technisch. Ist das alles super? Okay. Ähm. Wir kamen jetzt von da. Wir können ja mal gucken, was hier ist. Ich glaube, aber irgendwie hier ist nicht viel. Hier ist tatsächlich nicht allzu viel. Ich gucke mal. Den Weg da, den werden wir wahrscheinlich von der anderen Seite auch erwischen. Gehe ich einfach mal von aus. War ich nicht noch irgendwo Gold? Oder habe ich mich... Ja, danke. Wie, ein Block? Ihr seid ja geizig. Ha. Na gut. Daneben nur ein Block. Vielleicht möchte ich mir den Rest erst noch freispielen. So, hier ist nämlich genau das, was ich sagte. Da kommen wir eh hin. Alter, Fledermaus. Ist doch eigentlich das Wahnsinn. Das sind echt viele Fledermäuse. Also... Ah, komm. Ich baue mir mal zu. Ja, gut, komm. Muss ich da jetzt unbedingt hin? Ich denke nicht. Ja, wobei alles erforschen wäre schon cool, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie weit diese Höhle noch geht. Ich bin da immer so ungründlich, ne? Ungründlich und ungeduldig. Tut mir auch fast schon leid, aber irgendwie ist das so... meine Art mit Höhlen umzugehen. Okay, pass auf. Kommen wir hier runter? Hier kommen wir runter. Wir gehen mal runter. Oh, ja, okay. Wir brauchen ne Werkbank. Das übliche Zeug eben. Und dann brauchen wir die Stöcke wieder, die wir gerade weggeworfen haben, für eine... Spitzhack, die wir nicht machen können. Verdammt. Dann brauchen wir erstmal einen Ofen. Ist das lästig. Dann braten wir mal gerade ein bisschen was von dem Eisen. Aber nur ein bisschen. Und dann machen wir uns ne Spitzhacke. Könnte jetzt kurz dauern. Ach ja. So, jetzt ist es halt mal ein bisschen was trinken, ne? Natürlich nur den feinen Eistee. Nur den feinen Eistee. Und wir können ja schon eine bauen. Ja, aber jetzt ein bisschen gepennt vor lauter Eistee. Hab so fasziniert ins Eistee-Glas geguckt. Ah. Ja. Ich sag mal nichts. Wir gucken hier schon mal weiter, während das Zeug da oben noch burzelt. Äh, wie meinst du denn das? Hoch. Ausgang. Ja, kann man so machen, denke ich. Das dürfte ich erraten können. Wobei wahrscheinlich auch das Schild... Alter, was ist das für Musik? Wobei wahrscheinlich auch das Schild zu viel war. Hätte man sich wahrscheinlich denken können, weil dann die Fackeln auf einmal links sind und nicht mehr rechts und so weiter und so fort. So, wir budden uns hier mal ein bisschen durch. Da ist wieder Eisen. Das ist etwa diesmal nicht so, oder? Oh. Nö. Scheinbar diesmal nicht. Okay. Dann mal kein... ...verstecktes Überraschungsei hinter Kies. Na gut. Muss ja auch nicht immer sein, sonst wird's ja langweilig. Lappes Lazuli können wir auch mal wieder mitnehmen. Klar, warum nicht? Hier war noch Kohle. Auch die nehmen wir mit. Allein schon für die Fackeln. Oh, die Musik. Was geht denn gerade ab? So, dann haben wir einmal das. Dann haben wir einmal das. Dann haben wir einmal das. Dann haben wir einmal da. Erde, da ich jetzt mal hier. Hier, die finden wir auch an der Oberfläche. Dafür müssen wir nicht unbedingt hier runterreisen. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ach du Scheiße. Sag mal. Was macht ihr denn hier? Wua! Gerade überlege ich, ob ich nicht künftig die Facecam dazunehme, wenn ich in Höhlen aufnehme. Denn ich verschrecke mich doch manchmal. Nicht immer. Aber manchmal. Nur ganz selten mal. Ah. Ganz selten häufig. Schaufeln haben wir dabei. Ich hab gelernt. Ich hab gelernt. Erst mal gucken. Erst mal gucken. Boah. Ich wollte nur den Minenschacht erforschen. Alter. Das ist kein Minenschacht. Sorry, Freunde. Nicht jetzt. Das ist mir zu viel. Wir gehen zurück. Ich werde mit die Höhle aber auf jeden Fall merken. Hier können wir gerne künftig nochmal reinschauen. So. Das können wir lassen. Dann. Links. Unerforschte. Verzweigungen. Dann wissen wir das. Falls wir hier nochmal reingehen. Wir merken uns mal. Hier war noch nicht alles erledigt. Das können wir uns ja mal merken. Sorry. Jetzt wird es langsam engem Inventar. Warum habe ich Stein dabei? Das ist so sinnlos. Es ist so sinnlos, da ich Stein dabei habe. Meine Güte. Wir nehmen mal Kohle mit. Kohle ist nicht ganz so sinnlos. Und dann gehen wir mal zurück Richtung Ausgang. Dürften wir ganz leicht finden mit unseren tollen Schildern, die wir uns gemacht haben. Oh, mein Auge juckt auf einmal. Liegt vielleicht an der schönen Musik im Hintergrund, dass mein Auge juckt. Diablo 1 Musik im Übrigen. So, ich wette, hier haben wir auch nicht alles erforscht. Das ist mir aber gerade herzlich recht egal. Geh nochmal hier hoch. Keine Koya 4 Musik. Auch wenn sie es anhört. Ach, hier sind wir wieder da. So, B. Rechts Ausgang. Sehr schön. Ach, und hier ist ja auch gleich der Minenschacht. Nehmen wir die Abkürzung. Wir nehmen sie. Nee, wir nehmen sie doch nicht. Mir ist das gerade zu kritisch. Ich möchte mich nicht verlaufen. Nicht, wenn wir gerade noch wissen, wo wir sind. Und dann wegen Ungeduldigkeit sich verlaufen. Da hätte ich echt keinen Bock drauf. Weißt du was? Ich mache den Vorschlag. Stirb. Ich fand den Vorschlag super. Er scheinbar auch. Er ist gleich drauf eingegangen. Und jetzt nehmen wir wieder hier die Minenschacht, wo wir ja ursprünglich auch hinwollten. Den Rest, wie gesagt, gerne irgendwann. Hier ist eine Schlucht. Hier ist eine Schlucht. Oder ist das die Schlucht, wo wir ganz am Anfang drin waren? Die Konrad-Schlucht. Könnte natürlich genauso gut sein. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nein, das... Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. So. Gehen wir hier hoch. Und machen das hier kaputt. So. Nehmen wir hier alles mal mit. Das ist Erdbeerkäse. Ah, ich glaube das... Aua. Das ist, glaube ich, die Schlucht, in der wir ganz am Anfang waren. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Oder ist es eine Schlucht in der Schlucht? Gar nicht mehr so selten mittlerweile auf Minecraft. Links Ausgang. Da ist das die Schlucht. Schlucht-Seption. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine neue Schlucht. Beides ist denkbar. So, dann machen wir mal hier. Links. Ausgang. Oh nein. Nicht der Soundtrack auch noch. Der will mir das Leben jetzt aushauchen. Gut, hier geht es nicht weiter. Das macht es um einiges leichter. Ich mache mal so. Ich glaube, das ist besser, weil dann bin ich schneller von Fackel.